Ob Sie es glauben oder nicht, in der Elektrotechnik gibt es eigentlich nur vier Formeln, mit denen Sie auch durchs Leben kommen. Und drei davon werden Sie in diesem Kapitel kennenlernen. Und deswegen ist dieses Kapitel, ja, ich würde sagen, das wichtigste Kapitel in dem ganzen Kurs. Das erste, im ersten Teil werden Sie URI kennenlernen. URI, das ist ein Gesetz, das Georg Simon Ohm entdeckt hat und das den Zusammenhang zwischen dem Strom und der Spannung feststellt. Die beiden anderen wichtigen Gesetze sind die kirchhoffschen Gesetze, der Knotenpunktsatz und der Maschensatz. Nein, den Zusammenhang hat Kirchhoff nicht entdeckt, aber er hat die Gesetze formuliert. Und mit diesen werden wir uns in diesem Kapitel auseinandersetzen. Und nun Ihre Aufgabe. Suchen Sie sich doch mal im Web das Ohmsche Gesetz raus und versuchen Sie es zu interpretieren. Stellen Sie fest, was ist die Ursache und was ist die Wirkung. Das genügt mir schon für dieses Kapitel. Üben werden wir dann gemeinsam. Wir sehen uns in diesem Kapitel. Untertitelung des ZDF, 2020